Meinhard aus dem Geschlecht der Meinhardiner war Graf von Gürz und Graf von Tirol, 1286 bis 1295 Herzog von Kärnten, sowie Pfandherr des Herzogtums Krain und der Wintischen Mark. Der Stammvater der Linie Gürz-Tirol war einer der bedeutendsten Fürsten des 13. Jahrhunderts und gilt als der Begründer Tirols als eigenständigen Landesleben und Wirken. Meinhard war der Sohn des Grafen Meinhard III von Gürz. In seiner Jugend war er zusammen mit seinem jüngeren Bruder Albert in Geiselhaft des Salzburger Erzbischofs Philipp von Spanheim, da sein Vater gegen diesen eine Auseinandersetzung verloren hatte. 1259 kamen sie frei und konnten das Erbe des im Jahr davor gestorbenen Vaters antreten. Sie waren anfänglich zu gemeinsamer Herrschaft bestimmt, teilten aber 1271 die weit verstreute Besitzung auf. Meinhard übernahm die Grafschaft Tirol, die sich seinerzeit noch im Wingau und Engadin erstreckte. Sein Bruder erhielt die Besitzungen in Friaul, Istrien, Kärnten und im Pustertal. 1276 bis 1279 übernahm er die Landhauptmannschaft in Kärnten. Meinhard hatte schon 1258 Elisabeth von Bayern geerlicht, die zehn Jahre ältere Witwe des römisch-deutschen Königs Konrad IV. Diese war die Mutter des letzten legitimen Staufers, Konradin. Gina galt als aussichtsreicher Prätendent auf den Kaiserthron. Als Konradin 1267 nach Italien zog, um das staufische Erbe in Süditalien anzutreten, unterstützte ihn Meinhard mit Wegeleid und Geld. Konradin scheiterte jedoch bei seinem Italienzug und wurde 1268 hingerichtet. Meinhard unterstützte in der Folge Rudolf I., von Habsburg, dem er seit dem Italienzug freundschaftlich eng verbunden war, in der Auseinandersetzung mit König Otto K. II., von Böhmen und wurde dafür 1286 zum Reichsfürsten erhoben und mit dem Herzogtum Kärnten belehnt. Außerdem wurde die Verehelichung ihrer beiden Kinder beschlossen. Meinhards Tochter Elisabeth heiratete Albrecht I., den deutschen König von 1298 bis 1308 und wurde zur Stammmutter aller späteren Habsburger, durch diesen Ehebund viel später hin Tirol an Habsburg. Meinhard erwarb, teils durch politische, teils durch kriegerische Aktion, etliche weitere Territorien. So kaufte er 1284 dem Graf von Hirschberg alle Besitzungen im Inthal ab, besiegte später die Herren von Ehennen und kaufte auch den Grafen von Eschenlohe-Hertenberg und den Herren von Salurn ihre Güter ab. Die Fürstbistümer Trient und Brixen unterstellte er seiner Gerichtsbarkeit. Daher gilt er als der eigentliche Begründer des Landes Tirol. Er führte eine moderne, auf bezahltem Beamtentum anstatt Lehnsherrschaft gegründete Verwaltung ein. Er schuf Gerichtsbezirke und ein strafes Steuerwesen. Ab 1286 ist auch die Abfassung eines eigenen deutschsprachigen, wenn gleich nur fragmentarisch überlieferten Tiroler Landrechts bezeugt, was als Hinweis auf die abgeschlossene Territorialisierung des meinhardinischen Herrschaftsbereichs zu werten ist. Berühmt wurde Meinhard durch die Prägung des Zweinzigers, der ersten deutschen Silbergroßmünze, die vielfach nachgeahnt wurde. Die seit 1280 geführten Tiroler Reitbücher gehören zu den bedeutendsten Dokumenten der Landesgeschichte. Gemeinsam mit seiner Gemahlin stiftete er 1284 Dekasikunden Zisterzienser Kloster Stamms in Tirol, wo sich auch sein Grab befindet. Punkt 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 Nachkommen Agnes Elisabeth von Kärnten, Gürz und Tirol Otto, Graf von Gürz und Tirol Herzog von Kärnten und Krein Heinrich, Herzog von Kärnten Herzog, Markgraf von Krein Graf von Tirol König von Böhmen und Teitula König von Polen Ludwig Des Weiteren hatte Meinhard zwei zahlreiche außereheliche Nachkommen, Friedrich Dompropst von Brixen mit Anna von Reichenberg verheiratet, Heinrich Graf von Eschenloch, Albrecht von Kamian und Forstburg, Graf von Tirol mit Floridiana von Schlandersberg verheiratet, und weitere zehn uneheliche Kinder mit bis dato unbekannten Frauen. Und